Jetzt kommt eine kurze Werbung. Mit Innovation zum Erfolg. Die landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft an deiner Seite. Von top aktuellen Agrarbedarfsartikeln bis hin zu den neuesten Landmaschinen und besten Versicherungen haben wir alles Notwendige, um deinen landwirtschaftlichen Betrieb auf Erfolgskurs zu halten. Deine landwirtschaftliche Hauptgenossenschaft Südtirol. Ende der Werbung. Hallo und herzlich willkommen bei Zurglost, dem Podcast des Südtiroler Landwirts. Wie ihr wisst, holen wir alle zwei Wochen Persönlichkeiten aus der und rund um die Südtiroler Landwirtschaft vor unser Mikrofon und schauen, was sie uns zu erzählen haben. Wenn ihr Anregungen und Rückmeldungen habt für unseren Podcast, dann meldet euch gerne bei uns. Auch wenn ihr Werbung machen möchtet. Am besten geht das einfach mit einer E-Mail an redaktion.sbb.it oder wir stellen euch alles in die Shownotes, wie ihr das machen könnt. Jetzt aber genug der einleitenden Worte, ich freue mich genauso wie ihr auf unseren heutigen Gast. Mein Gast bei der heutigen Podcast-Folge ist ein ganz prominenter Mensch, der vor einigen Jahren, wir haben gerade vorhin gesagt, vor neun Jahren ist er schon einmal bei uns gewesen, so haben wir etwas im Tiroler Bauernkalender mit ihm gemacht. Er ist, glaube ich, frischgebackener Weltmeister gewesen. Jetzt könnt ihr euch vielleicht denken, es geht um einen Sportler, den ich heute bei mir habe. Und das ist der Roland Fischneller, bekannter Snowboard-Profi. Roland, schönes Bandstopp bist. Ja, gerne. Danke für die Einladung und das mache ich gerne. Jetzt wird es ja viele geben, die es dich kennen. Vielleicht gibt es eher wenige, die wissen, dass du auch mit Landwirtschaft etwas zu tun hast und nicht allmleih auf deinem Brett unterwegs bist. Kannst du vielleicht kurz erzählen, wie es dazu gekommen ist, dass du mit Landwirtschaft auch etwas zu tun hast? Ja, logisch, es ist halt in erster Linie, kennt man mich mit Helden und Skibrillen. Halt ist einmal das Erste, was einem ins Auge fällt. Aber mit der Landwirtschaft habe ich eigentlich jetzt schon viele, bin auch gewachsen, bin davon total gekettet und deswegen ist die Freude für die Rindviecher, habe ich eigentlich in Kindesjahren mitgekriegt und bewirtschaftet den Villesterin-Selberan-Hof, sind circa 10 Hektar. Ich habe alleweil Mutter gekriegt und aber eben jetzt ist noch alleweil, jetzt heuer und nächstes Jahr ist noch der Sport ein bisschen im Vordergrund, eben bis zur Olympiade würde ich noch gerne weitermachen. Aber danach ist die große Freude und Leidenschaft von mir die Landwirtschaft, wo wir das nachher machen können. Ich kann mich mehr forcieren und habe schon ein paar Pläne, die ich gerne umsetzen würde. Aber eben, es ist eine große Passion, aber auch etwas, was schon sehr, sehr viel Energie ankostet. Und deswegen muss ich auch sagen, dass im Sommer der Bau, wenn der Tag von 5 in der Früh bis 10 auf Nacht auch, das ist nachher schon auch anstrengend, aber mache ich gerne. Aber halt eben Hut ab, was im Land auch die anderen Landwirte und Bauern alles leisten, ist schon eh gewaltig. Ja, muss man eigentlich eh einmal das richtig wertschätzen und sagen, das macht eigentlich wirklich einen mega guten Job. Ich habe ein bisschen nachgelesen, was du uns so vor 9 Jahren erzählt hast. Es hat mir schon ein bisschen erzählt, wie du ein bisschen aufwachsen bist. Also, wie das gegangen ist, dass du eigentlich auch deine, fast die ganze Kindheit mehr oder weniger auf die Almen unterwegs gewesen bist. Wie hat denn die das geprägt und kannst du uns vielleicht aus der Zeit noch ein bisschen etwas erzählen? Ah ja, die Seltsheit, muss ich sagen, ist schon, muss ich sagen, eigentlich die beste Kindheit, was man sich so vorstellen kann. In der Früh, der Vortrag zusammen ist bei der Forst zusammengearbeitet und danach habe ich in der Früh, das bin ich gewesen, 10 Jahre alt, in der Früh gemäßt 8, 9 Kühe melken. Die Kindheit war für mich eine Unbekümmertheit. Ich war den ganzen Tag draußen, ich bin den ganzen Tag auf gut Deutsch von Stein zu Stein gekupft und das, glaube ich, hat das für mich in meiner Karriere sehr, sehr geprägt. Ich bin jetzt 44 Jahre alt und das kannst du beim Weltcup noch auf Top-Level-Form mitfahren. Und ich bin sicher, denen zu verdanken. In meiner Kindheit ist hier eine Almenbewegung von der Früh auf Nacht zur Bewegung. Kein Handy logischerweise, nichts halt digitalisieren. Wunder Zeichen. Ja, gut, da ist ein analoges Aufwuchs. Das hat mich sicher sehr geprägt in meiner sprachlichen Karriere. Und vor allem will ich es nicht verschreiten, aber ich bin schon überzeugt, dass das auch ein großer Schritt gewesen ist, dass ich meine Karriere gekannt habe. Ja, jetzt nicht komplett verletzungsfrei, aber halt zum größten Teil. Aber das ist von mir aus gesehen, ist das wirklich die Kindheit gewesen. Bei jedem wird da draußen auf Nacht bei Blitz und Donner auch noch zwei Stunden gemäß die Kieße suchen gehen und so weiter. Das hat mich sicher geprägt und verdient sehr bis heute. Wie ist denn das dazu gekommen? Also, weiß ich nicht, wie es zu der Zeit genau war. Ich bin und zwar jahrelang älter als du noch. Es ist ja doch eine Zeit gewesen, wo die meisten, wenn sie jetzt Sporting gegangen sind im Winter, durfte auf zwei Bretten unterwegs gewesen sein. Ja. Wie ist denn das dazu gekommen, dass du dann mal aufhören wirst? Ich bin vorher auch Ski gefahren. Ich bin Ski gefahren, meine Schwester ist noch auch gefahren. Aber mein damaliger Trainer, der Bremsholer, ehre ich. Aber halt, ja, es ist eigentlich Albenau, wenn ich etwas brauche oder einen Tipp brauche, ist er Albenau nach wie vor eine wichtige Ansprechperson. Für mich, der Seller hat auch nicht in dem Lift drin, bei Insfieldness, bei den Fiederlifts gesehen, ist er, hat er zehn Zentimeter tiefe Furchen angezogen mit dem Snowboard, hat lange Haare gehabt, ein schönes Auto und eine schöne Freundin und das hat du eigentlich gesagt. Das wäre beeindruckend. Das will ich auch. Das muss es werden. Und nachher, muss ich ganz ehrlich sagen, ist halt bei mir die Vorbildfunktion schon 1 zu 1000 gewirkt. Und halt, muss ich sagen, schon in der heutigen Zeit auch für die Kinder sehr, sehr wichtig, als Kind bei Allingmalsalter, wo ausmacht von den Eltern, von meinem und dem nicht mehr viel Wert hat. Nicht nachher sein, die Vorbilder, umso mehr er wird nicht. Und deswegen muss ich schon sagen, bin ich schon stolz daran, dass ich jetzt auch in der Zeit, jetzt, ich für viele Kinder ein Vorbild sein kann, in dem, was wir halt ein Brief schreiben oder auf Instagram schreiben und halt, was sie halt, welche Entscheidung machen. Sie wissen nicht, ob sie halt beim Sport weitermachen gehen und halt so die Unsicherheiten, was du halt in den Jugendjahren hast, aber die probiere ich mir nicht schon gut zuzureden. Und halt, das ist, ich bin nach wie vor überzeugt, dass der Sport oder für die besten Lebensschulen ist. Du, vor allem der Einzelsport, du stehst auf den Startup und du musst selber einen Plan haben. Aber du brauchst ein Leben auch einen Plan. Du kannst nicht allein in der normalen Linie leben und schauen, was geht. Ein bisschen am Plan und das Konzept her brauchst du einfach. Und hell, lernen schon einfach in dem Sport umso mehr. Und deswegen möchte ich auch, dass meine Kinder sportlich aktiv sind. Sie seien es zum Glück haben eine sehr, sehr große Freude. Und Maria geht wahrscheinlich eh die Sportschule in Stürzungen. Und die Heidi ist auch beim Snowboard fahren, hat sie ein großes Talent unter Florian auch. Und deswegen muss ich sagen, wenn ich schon eine große Freude bin, ich meine, die Sport ihr auch sehr, sehr gefällt. Logisch, hinzwingen und hindrücken, drängen möchte man sie nicht in den Leistungssport, wenn sie es gerne machen, dann herzlich gerne. Aber es ist der Leistungssport, so möchte ich es jedes Jahr mehr. Es ist einfach schon eine knallharte Geschichte, ja. Ich denke, das ist vor allem auch als Kind, hat das schon auch eine andere Art, wie man aufwächst. Also als Jugendlicher denke ich mal. Ja, es sind sehr, sehr viele Empfehlungen möglich. Jetzt habe ich gerade ein Interview gemacht und haben mir gesagt, es ist effektiv das erste Mal gewesen mit drei, vier, fünf und zwanzig Jahren, dass ich mit den Kollegen das erste Mal auf dem Meer war, auszugehen. Ich war im Herbst, im Sommer, auf der Halbe gewesen und nach dem Herbst gleich auf die Gletscher. Aber halt eben, die Jugendzeit, die habe ich leider im Sommer geflogen, aber die hat mich nie auf die Gletscher verbracht. Aber es ist egal, da sind ja viele, die das gewählt unbedingt durchzusetzen. Und ja, jetzt bin ich in meinem Karriere-Finale. Jetzt noch die heurige Saison und nächstes Jahr die halbe, aber ich glaube, wenn ich mich schaffe, für die Olympiade zu qualifizieren, dann ist es sicher in Levinas das letzte Rennen von mir. Hoffen wir mal das Beste, dass wir das sehen. Du bist Profisportler und ich weiß ja, dass es nicht leider Winter eine strenge Zeit ist, eine Zeit, wo du viel unterwegs bist. Jetzt im Sommer weiß man ja, dass viele Spitzensportler auch unterwegs sind in anderen Regionen der Welt, wo es eben gerade Winter ist. Ist es halt bei dir auch so, oder bist du im Sommer eigentlich auch da? Ich bin im Sommer auch da. Ich bin früher auch, wir sind viele Chile und Argentinien gefahren. Das mache ich nicht mehr, weil ich meine Familie zu wichtig habe. Für einen Monat Argentinien hat die erstens nicht die, fehlt mir die Motivation und zweitens, ich muss eben nach Hause schauen, dass es alles auch wie läuft. Aber ich tue in der Früh auch, ich fahre viel. Ich stelle so, ja, schnallt es sich leider zu über den Sommer, aber ich stelle so, ja, geht es schon um sechs in der Früh auch, dann bin ich meistens schon auf dem Lift oben. Und um zehn mache ich meine zehn, 15 Fakt, und um zehn bin ich daheim in Bonheim auch nicht. Und das geht für mich super. Aber eben jetzt da die langen Südamerika-Reisen, die letzte Reise, was wir waren, ist eh über zehn, 15 Jahre schon her. Ja, dann sind wir vor drei Wochen fünf Tage gefahren, weil alt Blitzwetter und Nebel und so weiter. Deswegen habe ich das von meinem Trainingsplan eigentlich gestrichen. Aber die Jungen dachten es schon sehr, sehr gerne vorne, aber jetzt muss ich sagen, wenn es nächstes Jahr noch einmal Neuseeland auf dem Trainingsplan stehen würde, dachten wir vielleicht schon gerne vorne, aber dann dachten wir sicher ein paar Bahnhof-Jäten umschauen. Ja, ja, dass ich es auch wieder kombinieren könnte. Aber zum Glück habe ich einen Erfahrungsschatz, was relativ groß ist, und dann brauche ich nicht mehr so viel. Ich muss sagen, das ist eine gute Qualität. Handbaantraining, das ist relativ ein guter Schnee, dass ich körperlich gut beieinander bin. Und dann geht das eigentlich. In ein paar Tagen bin ich schon eigentlich relativ gut in Form, aber habe ich viele Jahre gebraucht, um auf den Punkt zu kommen. Und zum Glück hat es heuer entlang sehr, sehr viel geschnieben. Und die Gletscher sind, trotz allem, sind sie relativ gut beinahmt. Das will nicht heißen, dass der Gletscherschwund, die letzten fünf, sechs Jahre, ist brutal gewesen. Ich bin jetzt letzte Woche, sagen wir, Hintertux gewesen. Und dann bin ich bei meiner Karriere gewesen, als das erste Gletschertraining, was ich gemacht habe, mit der Mannschaft war Hintertux. Praktisch ist es seit 25 Jahren her. Brutal. Nicht mehr zu kennen, wo wir überall gefahren sind oder noch trainiert haben, ist wirklich alles mehr. Die Gletschermarini und die Felsen sind wirklich gewaltig. Wenn du das vor Augen gestellt bekommst, tut es auch schon im Herzen weh. Wie ist das? Hilft dir jemand auf dem Hof daheim? Oder geht das so? Ja, nein, das hat man im Winter, das vierte Natalm, das Vorto gemacht. Also im Winter ist der Vorto, im Sommer zu Hause, Arbeit ist mein Job gewesen. Und im Winter, das vierte Natalm hat er gemacht. Und ich bin alleweil von Baden. Es wird ein neuer Stadl und Stadl alles gemacht, muss ich sagen. Es ist eine sehr, sehr intensive Zeit. Aber ich muss sagen, ich bin sehr, sehr froh, dass die Frau und die Kinder mich da fest unterstützen. Und alle in den gleichen Strang ziehen. Es ist, sagen wir mal, eine gute Teamarbeit zu leisten. Da geht es schon und Freien ist es schon sehr, sehr drauf. Jetzt hast du ja gerade eben gesagt, dass Neuseeland ein paar Häufungen schauen. Jetzt bist du ja wirklich in vielen anderen Regionen auf der Welt unterwegs. Viele auch, wo Berge sind. Kriegt man es eben auch ein bisschen mit, wie die Landwirtschaft betrieben wird? Oder kriegt man da gar nichts mit? Nein, wohl, wohl, nehmen wir schon halb die Zeit. Es ist schon irgendwie ein Schaden. Was, wie es halt so betrieben wird, nicht? Was mir schon sehr, sehr in Erinnerung geblieben ist, muss ich sagen. In Colorado, die Landwirtschaft, die Viehhaltung in Colorado, in Amerika. Ja, die, die einfach ganz, ganz einfach den Mitstreibballen einfach ein bisschen die Windrichtung schützen. Die mit den Miststreuerhaien auch sie streiten auf der verschneiten Wiese. Die haben das ganze Jahr eine freie Landhaltung. Nicht halt wirklich allein ein bisschen windgeschützt und sonst ist nichts. Und der fährt mit dem Jeep hinten so ein Streuer drauf und streitet das Hau hinten außen. Und dahinter fressen sie halt alles sie zusammen. Aber das ist schon gewaltig, wenn du das siehst und dann bei uns, oder halt ja, jetzt der neue Laufstuhl von mir, welches Tier wohl umgepeilt wird, ist brutal. Es ist schon echt, echt flott, was da bei uns, welcher Standart nachher herrscht. Und dann, sag ich mal, in Colorado ist ja fast 3.000 Meter hoch, nicht? Ja, da sind 14 Tage lang minus 30 Grad, nicht? Das ist gewaltig, ja, ja. Und ja, in Island haben wir auch ein paar Höfen geschaut, haben halt sehr, sehr viele Schafe und Ponys. Und was, was eben spannend ist, ist halt so die Futterkonservierung. Und halt eben, sind sie schon, glaube ich, noch ein bisschen weiter als wir. Und, na na, Japan und ja, mal in Kobe Betrieb umgeschaut. Ja, da werden halt Rationen gemischt mit 30 verschiedenen Zutaten. Auch spannend gewesen zu sehen. Und, na na, halt, das interessiert mich schon sehr. Und, ähm, sieht man es schon viel und kann man auch sehr viel mithangeln, ja. Ja, eben. Wir haben viele Signale. Schaut uns doch oft mal, was man, wo man sich so schauen kann und wo man sich besser nichts anschauen kann. Ja, ja. Nein, nein. Logisch zieht man da auch Vergleiche von in der Früh bis auf Nacht nicht halt, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Aber, ähm, vor allem auch in Japan der Kompoststall. Ich muss sagen, ist schon sehr, sehr spannend auch, was mir gut gefallen hat. Und, ähm, nein, lernt man, wenn man mit den Augen offen durch die Welt geht, dann kann man viel, viel, viel lernen, ja. Wissen eigentlich deine Snowboard-Kollegen, wissen, dass du auch Landwirtschaft machst, oder? Ja, 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 logisch. Wissen auch, wie du herkommst? Ja, ja, logisch. Nein, nein, logisch. Gibt es andere Leute auch, die sich so einsetzen? Also, sollen wir so einen zweiten Beruf haben wie du? Ähm, ja, meine andere Mannschaft an mir ist der Coratti Edwin. Sie sind ja eher von Langtauversummen. Er hat ja auch einen Bergbauernhof. Ähm, mein anderer Mannschaftsgeleg war der Felicetti Mirko. in Fassertol von Säm, die, die Freundinnen der Angreisenhof. Aber sie verstehen ihn schon, wenn ich nach einem Mittag, wenn wir auch irgendwo sein, dass ich nach einem Mittag einmal im Bus nehme und eine Runde vorne gehe zu schauen. Ja, ja. Wenn man dir so zuhören lässt, hat man ein bisschen den Eindruck, dass du aus beiden Welten etwas für die andere mitnimmst, also aus der Welt jetzt für den Sport, für die Landwirtschaft etwas mitnimmst oder auch umgekehrt? Ja, auf alle Fälle halt. Ich sage mal halt eben, vor allem in der Sommer führe ich ja komplett ein anderes Leben als ich im Winter. Total komplett anders. Wie zum Beispiel meine Mannschaftskollegen nicht. Genießen es. Oder halt, ja, ich sage mal, das ist jetzt vielleicht das falsche Wort nicht. Aber halt, ja, machen halt immer die Trainingseinheiten, gehen sich einmal ins Schwimmbad und so. Aber halt im Sommer bei mir, wenn es gut Wetter ist, ist halt heutzutage nicht. Und es ist toll zu sein oder was auch immer. Aber vor allem so, wie es heuer gewesen ist, ist mit der Bauerei einfach sehr, sehr, sehr intensive Zeit gewesen. Und dann muss ich sagen, ich komme jetzt in den Herbst zum ersten Training. Bist du in ein Hotel, frag dich, was du essen willst. Ich mache halt, ja, dann kommt es mir schon echt wie ein Urlaub fast. Obwohl es nachher untertags, du bist um 7 Uhr in der Früh auf der Piste bis zum Mittag. Es ist echt sehr, sehr intensiv, ja. Logisch, jetzt mit 44 bin ich einfach ein Hörter. Aber es ist einfach ganz normal, dass du dich erholen hast. Du hast dich einfach höher. Es ist normal, es ist jeder. Und du bist vielleicht nicht mehr ganz so, ich sage mal, körperlich nicht mehr ganz so belastbar. Aber du bist mental umso schleier. Und mit dem Sam mache ich sicher sehr, sehr viel Wett. Aber nein, nein, es macht auch einfach Spaß. Ich sage mal beim Training. In der Minute, in der ich im Laufeu fahre, tue ich einfach echt mega gerne. Und deswegen schaue ich noch, dass ich die anderthalb Jahre gut weiter da ziehe. Aha. Jetzt hast du so einen Eindruck, dass, weil du ja Rennen fahren gegen Leute zum Teil, die zum Teil auch deine Kinder sein könnten fast. Ticken die jüngeren Leute heute anders, als das bei dir früher war? Oder hat sich da eigentlich nichts geändert? Ich muss sagen, jetzt sind die letzten zwei, drei Jahre, zwei, drei, zwei ist nicht mehr ganz genau, sind die Russen nicht mehr gesperrt. Aber es ist doch so davor, muss ich sagen, die russische Mannschaft, aber halt ja die, ich sage ja, jungen Buben, die sind großteils aus Sibirien. Die haben, die Ticken sehr, sehr ähnlich wie funktioniert. Da war sonst nichts nicht, da war Snowboard vorne und sonst nichts nicht. Und jetzt sage ich mal, der Beste von dem, Dimitri Logenhoff, mit dem wir sie sehr, sehr oft gematcht haben. Ich bin Baujahr 80 und er ist 2000. Er ist genau 20 Jahre jünger wie, aber gegen den in seinem Album allein ein-, zweihundertstel Unterschied gewesen. Und er ist, wenn ich den, ja, wenn ich den allein, wie er sein Leben fürchte, ich war genau gleich. Ich war echt genau gleich der, er ist fokussiert auf seiner Sache und er macht es wirklich sehr, sehr gut. Und er ist wirklich, ja, für die Jungen in dem Alter, im Baujahr 2000, ja, ist weltweit der Beste. Absolut nicht, aber halt logischerweise. Leider, sage ich mal, kann er nicht, oder halt, sie sind eine relativ große Mannschaft, können sie nicht dabei sein. Das ist eigentlich schon für ihn so ein Sport. Aber es ist, äh, generell muss ich sagen, ähm, Top-Ins in Italien, äh, wo sie halt so auf die Gletscher auch siegen sind. Ja, wir sind ja mit den Langleifern, mit den Skifahrern und so weiter. Also, ist ein gravierender Unterschied, so wie es wir früher gehabt haben. Ähm, die Trainer sagen auch, du musst ja, die jungen Athleten musst du fast mit, äh, musst du fast bitten, dass sie kommen. Und, ähm, also, logisch ist die Zeit im Wandel. Es ist, äh, die Digitalisierung im Vollgas im Fortschritt. Und nachher, wie halt sie kommen, bis die jungen Athleten in der frühen Arie kommen, einmal etwas gepostet haben, bis die die Schuhe von gezogen haben, bis alles erledigt ist, haben wir eh schon drei Fahrten gemacht, ne? Ja, ist interessant. Ja, ja. Es geht in allen Bereichen gleich. Ja, es geht in allen Bereichen gleich. Ob es eine gesunde Entwicklung ist, weiß ich nicht, äh, weiß ich nicht. Aber halt, ich glaube, für den, für den, für den Sport, würde ich mal sagen, so wie wir vorher gesagt haben, wäre ein bisschen ein analogeres Zeitalter sicher von Vorteil. Ja, sie hängen halt sehr, sehr, äh, ja, den ganzen Tag bezogen. Wenn ich mal Trainer war, haben wir das Handy verboten auf der Piste, ganz, ganz sicher. Sie hängen sehr, sehr viel am Handy. Beim Lift vor den Augen schauen sie auch alle auf dem Handy, äh, überlegen nicht, was uns die nächste Fahrt besser machen könnten. Mhm. Und das sind halt schon, es ist, ja, es ist, ja, das Handy, oder ich sage mal, äh, der Bildschirm auch mittlerweile auf der Piste angekommen, ja. Sonst hast du ja schon, ähm, äh, du gibst mir auch ein gutes Stichwort, äh, du hast gesagt, das, das waren jetzt noch eineinhalb Jahre, also dein Ziel war, dass vielleicht bei Olympien du dabei bist, du hast jetzt gerade gesagt, wenn ich noch vielleicht irgendwie ein Trainer bin, was ist denn dein Plan? Einmal allerweil steht da nicht auf dem Plan, steht da nicht auf dem Plan, weil ich es wirklich möchte in der Landwirtschaft, ähm, oder halt ja, aus dem Hof etwas draus machen. Und zwar schon ein Angebot vom Ausland auch, aber, aber, ich glaube nicht. Äh, ich bin, muss ich sagen, bin wirklich die, ja, jetzt seit 30 Jahren, dass ich die Welt bereist mehr oder weniger für den Sport und, ähm, ich möchte, was ich echt möchte, ich möchte auch meine Kinder gut trainieren. Äh, selten hat mir, gefällt mir schon. Ich möchte ja, dass sie auf einem guten, auf einem guten Level bringen, äh, und vor allem in den Hof rufen, schauen, dass etwas Gescheites draus wird, nicht? Aber halt eben, dass ich sage, äh, dass ich, jetzt sage ich mal, die italienische Mannschaft trainiere, äh, glaube ich eher nicht, äh. Und glaube ich eher nicht, wenn, wenn vielleicht irgendeine, in einer, in einer anderen Funktion, aber dass sie in der vierjährigen immerhin in den Lauf ausstecken, ja, glaube ich, da wäre ich nicht der Dinge, aber, ähm, ist mir einfach schon die Zeit. Die letzten Jahre wirklich, ja, kann ich sagen, ein Großteil von meiner Lebenszeit bis jetzt habe ich den Sport gewidmet, und danach muss es besonders sein. Kommen wir so langsam zum Abschluss von unserem Gespräch. Äh, wie gesagt, du bist ja vor einem Jahr schon mal da gewesen. Seitdem habe ich ein Autogramm von dir in mein Büro hängen. Wie, wie siehst du so, also die, die Landwirtschaft in Südtirol in Zukunft? Was für Herausforderungen siehst du darauf zu erkennen? Man, die Herausforderungen, was ich sehe, ist sicher, ist sicher, ja, ähm, ich komme halt vor der Berglandwirtschaft. Ja, ja, klar. Also, ich habe mich sicher, es muss das Ziel sein, dass die Leute, äh, vor allem die Politik, die sind gefragt, die Leute, dass uns das schaffen, die Leute auf den, auf die Höfe zu halten und ihnen eine Rahmenbedingungen zu geben, dass sie sagen, ein paar Taugungen mache ich weiter, ich mache bis daraus, äh, äh, in die Jungen eine Motivation zu schenken, äh, ein Ziel zu schenken, äh, ja, unter Anführungsstrichlingen auch Hoffnungen zu machen, das, das geht weiter mit den Hoffnungen, oder halt einfach gleich hinschmeißen und verkaufen ist die letzte Option, nicht, und, hell, äh, ist, ist ganz, ganz schlecht, nicht, und, äh, aber, eben, ja, ist sicher die Politik quack, da, die Rahmenbedingungen zu schaffen, das ist sicher ganz, ganz schwach, es ist ab 1200 Meter auch, was einer in Stand ist, ein hochwertiges Nahrungsmittel zu produzieren, ist der Wiederkäuer, weil, ist, äh, so ist die Schaufgasziege gut, und, ähm, eben, da weiterhin, ich sage mal, ja, zukunftsorientiertes, äh, ja, wo vor allem auch, dass sich so ein Bergbauernhof rechnet, rechnet, und, dass die Leute halt stolz daraus seien, es weiterzumachen, vor allem jetzt die nächste Generation, nicht, was, was, was da nachher gefällt ist, etwas daraus zu machen, und, ähm, die Produkte, was wir haben, oder zu produzieren, und einfach gut weiterverfehlen, und einfach auf den, auf den Markt, auf in so ein Tourismusland, die, das auf den heimischen Markt zu verkaufen, nicht, weil es ist, Masse, da produzieren wir ja sowieso nicht, nicht, ja, die geht sowieso nicht, und deswegen müssen wir halt schauen, Qualität, das heißt, ähm, Qualität bei den landwirtschaftlichen Produkten, aber auch Qualität für Urlaub auf dem Bahnhof, finde ich, dass die Gäste auch einfach ein Wow-Erlebnis präsentieren, dass sie nicht in einen Fliegerinn steigen und in der Türkei 10 Tage umhängen, sondern in so schönes Land genießen, aber es sind sicher viele Fragen, was in Zukunft, ähm, auf unser Land zu kommen, was sie meistern sein, und sicher ein großes Thema ist auch der Verkehr, und, ähm, ich kann es auch sagen, was ich halt so mit meinen Augen siegne, aber halt das sind sicher ein paar wichtige Fragen, was uns in ihnen sein, und, äh, sicher auch viele Herausforderungen sein, dass unser Tourismusland so attraktiv bleibt, wie es ist. Danke dir Roland, äh, wenn die Folge online geht, äh, wirst du die Woche drauf selber einfliegen steigen, und dann gehen wir noch die Rennsaison los, danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du zu uns gekommen bist, ich weiß auch, du bist ein fleißiger Leser von uns, deswegen, du bist auch ein fleißiger Hörer vom Podcast, wie du vorher gesagt hast, dass wir uns, äh, in Zukunft aufladen, mal wieder Sechen irgendwo, dass du mal zukehrst bei uns, und, äh, alles Gute noch für die kommende Saison und für den Rest von deiner Rennkarriere. Danke viel und ich wünsche den Hörern vom Podcast alles Gute und einen schönen Tag und ich hoffe, es hat Spaß. Danke dir. Zum Schluss, wie immer, noch eine kurze Vorausschau auf die neue Ausgabe des Südtiroler Landwirt, die morgen erscheint. Das Titelthema ist diesmal der Tagung Mentale Gesundheit gewidmet, die vor kurzem in der Haselburg in Bozen stattfand. Außerdem berichten wir euch über die aktuelle Situation in Sachen Borkenkäfer, wir haben für euch ein Interview mit Herbert Dorfmann vorbereitet zum neuen Agrarkommissar, und es geht auch um Gewürze für die Weihnachtsbäckerei. Ich war ja in den letzten beiden Wochen auf Lesereise in Vietnam unterwegs mit einer ganz tollen Gruppe. Wenn ihr dazu jetzt schon mehr lesen möchtet, dann schaut einfach in unseren Reiseblog, auch dazu findet ihr den Link in unserer Folgenbeschreibung. Ich wünsche euch jetzt schon viel Spaß beim Lesen, gute Unterhaltung und wir hören uns in zwei Wochen wieder bei Zorglust, dem Podcast des Südtiroler Landwirt. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. 土кольку Zorglust